Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute bin ich alleine unterwegs und zwar auf der Traumschleife Kaltensteinfahrt. Diese Wanderung hat etwa acht Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese Tour so ist, dann kommt mit. So kann es Ihnen eben nicht schnitzieren. So kann es sich über den, den Pfund zu nehmen. So kann es sein. So kann es sich dann in den Pfund zu nehmen. So comptstuhl geöffnet das Tafel, ich möchte etwas zurückziehen, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hallo liebe Wanderfreunde, es freut mich Noch etwa einen Kilometer, dann bin ich auch schon wieder im Auto, die Tour hat mir richtig gut gefahren Ajoin' da hat sich auch schon wieder ist neu, Micah. Vielen Dank.